Hi, ich bin Sayo und das ist Parafen. Nein, Mann, dich meine ich. Unser heutiges Thema dreht sich um die Nordic Walking Stöcke. Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass Dinosport absolut jeder falsch benutzt. Ich zeige euch heute, wie man es richtig macht. Sache gibt's. So erzeugt es nicht die nötige Wirkung. Wenn ich mir die Leute im Walzer angucke, dann denke ich, dass sie sich nur vorstellen, sportlich zu sein. Vielleicht, weil sie motiviert, was wiederum okay ist. Wenn man zu faul ist, um diese Stöcke hier zu benutzen, dann könnte man sie auf die Schultern legen und so laufen. Die Jugend heutzutage hat kein bisschen Respekt. Gerade eben wurden die Schultern trainiert. Ich zeige euch, wie man es richtig macht. So trainiert ihr die Beinmuskulatur und dazu auch noch die Schultern. So haben wir es bei American Football auch trainiert, nur ohne Stöcke. Nur kann man das auch machen, ohne hunderte von Euros dafür ausgegeben zu haben. Hoffentlich habt ihr das voraus gelernt und bis zum nächsten Mal. Videos folgen in Kürze. Bis zum nächsten Mal. Ciao.